Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Eilenders zusammen mit Letzke Udi. Hallo. Ah ja, den Brunnen, den müssen wir aufbehalten für... Wo wollten wir den instellen? Ja, du musst... du musst... ich war mir klar, dass wir es nicht mehr wissen. Hier wollten wir den machen. Da. Da wollen wir den machen. Okay. Oh, Turm oder Brunnen? Ah, Puh. Turm. Oh, neuer Stadtzentrum, wirklich? Kommst du einfach hier und... Zehn. Zwölf. Achtzehn. 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 Puh. Perfekt. Nein! Ich... Oh, da ist schon wieder ein Plateau. Siebzehn. Du Sacken auch. Zwölf. Zwölf. Siebzehn Idis. Oh. Okay, wie ist da noch hin? Äh... Ja. Zwölf. 12 14 14 15 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 25 23 24 25 Oh, 16. Will ich das da hinhaben? Was könnten wir denn bekommen, was nur die Reichen wollen? Ein Jubiläum. Ah, da geht er dann noch safe hin. Lentens a step for disasters. Oh, oh. Oh, no. Ah, ja, die Goldmine. Da haben wir sie. Und einen erneut hin. Fuck. Einen erneuten fuck. What? What? Ich hör nicht mehr so gut. Ich bin alt. Ich denk's mir. Oder du redest einfach nicht mehr so gut, weil du alt bist. Berechtigte Aussage. So schön, die 18 da oben auch, wie weh, aber ich glaube, da mische meine Dinge hin. Mische mein... Mische, mische. Mische, mische, ja. Okay, ich dachte schon, ich hätte dich ein bisschen nicht verstanden. Richtig, sorry. Kann ich das? Ja, natürlich geht das da noch hin. 10. Achso, weiter da hinten. Ah, 25. Tja, mehr werden wir da vorher wohl nicht bekommen. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ja, so, Markt. Lager, Stadt, Senden, Stein mit Statuen, Fischer, Haus und Willen. Willen? Yes. Oder... Dann wäre es ja auf dem einen Plateau gut. Genau, weil das... Und wir... Dwei Märkte? Oh, 64. Ernsthaft, zwei. Ja, und... Zwei. Aber du hast noch... Du hast noch eine Hütte, oder? Was ist das recht? Ganz recht. Äh, ja, das wird wahrscheinlich nicht mehr in den Züge, in den Radius reingehen, aber ein Versuch auswärts. Was ziehe ich denn die ganzen Shit noch? Warum ist ein Park eigentlich gut neben dem Feld? Keine Ahnung, nicht. Beides Natur? Ja, glaub schon. So, wir können hier hinten ein Plateau hinmachen. Das, wo vielleicht einen... Ah, einen Markt. Äh, na, den Zirkus dann. Also, du könntest da den zweiten Markt hinmachen. Oder den zweiten Markt, wenn der Shit hier irgendwo mal hinpassen würde, Alter. Der geht ja nur hier unten hin, wo es keine Punkte macht. Wow. Kannst du sie nicht, äh, hinter den... Also, jetzt noch weiter... Also, jetzt da hinten... Ist da hinten machen? Warum geht der denn dann übrigens da wieder hingehen? Äh, da ist er noch weiter weg. Der wird zwölf Punkt. Ja, gut, stimmt. Ja, dann müssen wir diese Nullpunkte ja akzeptieren. Ich meine, der macht... Der macht, Alter. Er hat wieder 41... Wo hab ich denn jetzt hier... Okay. Oder wir schauen doch mal, was der Zirkus so macht. Ja, da haben wir ihn eh schon. Ja, schauen wir mal. Die Hütten, Alter. Die machen wieder das... Die machen nochmal was aus. Die machen die Kohle mal wieder. Oh. Jetzt haben wir langsam ein Häuserproblem. Und schon wieder. Oh, Mann. Ach so, jo, der wird einfach hier hingehen. Ja, dann. Ach so, wow. Zirkus ist... Zirkus ist um einiges klein, als ich dachte. Naja. So, wie bekomme ich jetzt hier die 41 wieder? Drehen. Ja, wenn man es macht keinen Sinn. Doch. LOL. Perfekt. Ne, da wäre eine Brauerei, Stadtzentrum, Statue, Haus. Ne Statue, ja? Ah, oder ein Ressort. Was willst du? Hast Mühlen, Holzfäller, Ziegelbändereien, Häuser, Algenplantagen, Villen... Naja, du bist überall scheiße, Häuser... War das echt das Einzigste, das da oben hinging? Fünf. Fünf. Neun. Neun. Und ein Fischer. Sieben. Vierzehn. Vierzehn. Ja, was mache ich jetzt mit meinem Villenproblem hier? Hm. Wenn ich mal eine kleine Shitvilla hier bekommen würde... Ich glaube, ich muss hier unten eine neue Villengegend aufmachen. Neubaugebiet. Oh, wie komme ich auch nur die Großen? Gibt kein Kleiner. Ah, 37. 38. Ja, müssen wir jeden Cent nehmen. Wow. What? Okay, krass. Er kriegt das nach oben, das von der Bauerei. Stimmt. Nice. Geil. Dann können wir mit dem Zirkus nochmal ein bisschen warten. Wir haben drei richtig fette Punktegeber hier. Oh nein. Jetzt ist ein Problem. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Fettischproblem. 11. Ja, 11 sind besser als... Oh. 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 6, 13, 13 Punkte. Oh. 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 20 Punkte. Oh, da muss viel begeben. Also das ist enttäuschend. Ah, die Holzfäller hast du halt, ne? Also das geht doch auf Stein. Der hat einfach bloß keinen Platz. Ja, dann müssen wir die hier hinten nehmen. Ja, glaube ich auch. Die 23, 25, 27. So, jetzt können wir hier für den Zirkus noch was tun. Ich glaube, sie schlau, die hassen sich ja. Ja, die hassen sich nur, wenn sie gegenseitig in der... Äh, in dem eigenen Feld stehen. Also das sie nebeneinander ja nicht tun. Aber das ist nicht, den Tempel können wir halt vergessen. Das stimmt. Noch können wir den vergessen. Es ist wieder so ein verschissener Park. Nee, da sind sie dünn. Wir haben auch bloß eine bekommen, ne? Muss erreichen. Ah, nein, da hätten wir die hinplatziert. Au. Neunzehn. Das ist mich verarschen. Jetzt bekomme ich nur neunzehn für den Shit. Ah, shit. Das tut jetzt schon, ey. Ja, hätten die so viele Punkte. Oh, da kommt ja der Brunnen hin. Ja, wir müssen uns mit den neunzehn zufrieden geben. Aua. Auge. Ja, noch ein Stadtzentrum. Was schaffst du uns da wirklich ins Maul rein, Alter? So, wo machen wir so die meisten Punkte? Wir machen wenigstens ein Plus. Neunzehn. Neunzehn Punkte. Meine Posten ist schon. Oh, 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 22. Oh, okay, unten. Die machen mittlerweile so viel Scheiße, Gelder, Alter. Ja, weil er ja auch in jeder Ecke im Stadtzentrum steht. Okay, da passt es ja noch perfekt rein. Okay, da darfst du halt nichts mehr hinmachen. Kann ich dich irgendwie platzieren? Gut, von was bekommst du denn alles, Bruni? Oh, fast gar nichts. Es ist egal, wo ich dich hin platziere. Oh. Ne, wait. Von was bekommst du denn hier oben, Bruni? Warum bekommt der von... Ach, von der Statue war das. Die geben wir uns jetzt richtig Funke. Wenn wir mehr davon hätten. Oh, 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 oh. Oh, 40. Ja, es wäre jetzt gut, wenn du die irgendwie erwischen würdest ohne den, äh, ohne die Minus 20, äh. 44. Das wäre nicht möglich. Ja, 44 noch, bitte. Das akzeptieren wir. Das ist akzeptierbar. Ach, akzeptiert. Ja, und jetzt haben wir ein Willenproblem. Oh, oh, oh. Ist das der Kollege? Der Scharmane. Der Scharmane würde da hinten hingehen. Mit 17. Hat mir nicht mal irgendwo so ein Punkte-Fleck für den? Ich glaube, das war der. 21. 27. 27, ja, perfekt. 16 Wir haben schon eins, oder? Ja Warum noch eins? Warum sollte man zwei Ressorts machen? Weil man zu viel Geld hat Akzeptiert Ja, ich glaube die 16 müssen wir akzeptieren Heißt, wir müssen einen unserer vier Punkte bringen einsetzen Ah, verdammt Ich glaube, er am wenigsten bringt Oh nein 47 48 Ja, 48 ist es Fünf und zwanzig Fünf und zwanzig Fünf und zwanzig Ja, circa ist es nicht Fünfzig und Fünf und sechzig Ja, dann ist es der Ballon Ja gut, der Ballon Es ist Ich glaube, die drücken uns jetzt gleich den Tempel auf Mais Und jetzt werden die auch Ah, Wasserplateau Oh ja, Sägewerk, Statuen, Wasserplateau, Bäume Okay, wohl da hinten, ja Vielleicht kann uns das retten Ich habe nochmal eine Stadtmauer Die kann uns vielleicht nur eine Ah, 14 Akzeptiert Da haben wir hinten nochmal ein Haus für die Taverne Äh, für den Ah, warte, wo genau steht der? Leben am Limit Ist ja nicht vorher sechzig oder so gegeben Fünfzig Was ist das? Ja Erdbeben oder was Da Ja Da geht, glaube ich, keins mehr drunter hin Ne, riskieren wir nicht Ne, würde ich auch nicht Loll Was war das gerade hier? War das gerade 29? Da schau ich einmal nicht hin Ne, 28 28 Joa, ma dude Gut Ich tue da unten hin Im Park Yeah Yeah Also wir Parks braucht doch niemand Ist das schrecklich Ah, 10 Punkte noch Ah Mies Nein Verdammt Was benutzen wir Ich glaube der Brun Kann doch an sich Ja, der Brun ist fertig mit dem Punkt zu sein Da kommt ja nichts mehr hin, oder? Stimmt, da können wir nichts hin machen Ja Boah, der Brun ist nicht Schon krieg Okay, cool Neh mal Wandplateau Oh, Wandplateau und nochmal ein Wasserplateau Sehr schön 14, 19 Ja, 19 Bist du irgendwo mehr wert? Ne, ich denke nicht Ich denke auch nicht Ich habe keine Ahnung, was ich mit denen anfangen soll, aber Ey, Park Wow Du liebst doch so ein Ressort, oder? Ja 16, oh mein Gott Ist doch was wert So, was machen wir mit den Wandplateaus? Ja, das ist eine gute Frage Hier eins? Kannst du die über die Stadt machen? Kannst du dann da Häuser drauf platzen und eventuell noch mehr mit dem Turm abräumen? Yes, müsste gehen Soll ich das hier so platzieren? Ganz tief? Würde ich sagen, ja Okay, wo machen wir das nächste hin? Das vielleicht dann da Also jetzt hier Hier hin, ja Und dann mit dem Zirkus nochmal ein bisschen mehr abzustauben Und vielleicht Hier nochmal für ein paar Häuser Ja, wir haben ja noch eins, what the fuck Wo könnte es noch am besten hin? Aber wir können Felder nicht drauf platzieren, weil das Holz ist Das ist traurig Hier würde es halt sehr viele Punkte geben, ne? Ja Aber was machen wir da hin? Vielleicht nochmal mehr Willen Ja, wird nicht schaden, glaube ich Oder halt Ja Da haben wir es Fuck So müssen wir den jetzt echt machen müssen Das ist das Nächste Da haben wir es Und du gehst Nein Oh Ja Gott sei Dank, Alter Die Sau Da müssen wir da auch hingehen, aber Boah, okay, 45 Punkte sind in Ordnung Die Sau, Alter Boah, jetzt holen wir uns nochmal alles hier schön ab Ja, definitiv Ja, wir sind aber auch noch lange nicht fertig mit der Insel So gut wie es geht Warte, genau Du liebst ja deine Dein Park Ne Stadtmauer Oh, 16 16 hört sich gut an 13 Kannst du Kannst du eigentlich hier Oh Das wäre zu schön gewesen Da würdest du noch reinkommen 10 Da hast du alles Ist der auch nirgendswohin Das bin mir auch nichts Bin mir auch nichts Bin mir auch nichts Bin mir auch nichts Wo war das jetzt? Hier, ne? Noch mal ein schönes Feld Da hinten hin Das hätten wir nicht schon genug Ne Unsere Stadt wächst ja stetig Wir brauchen da dessen Ah, rechts nicht mehr für die nächste Oh nein, jetzt haben wir einen zweiten No Als ob Ne, da oben kannst du ihn nicht hier machen Ja, da könnte Du musst kämpeln Fuck Wo würdest du am besten Punkte abstauben Wenn ich hier, ne? Wenn ich erwarte, dass uns jetzt ein Scheiß Äh Ding nochmal In die Quere kommt Ein Tempel? Ne, der Scheißbrun Achso Ach komm, Nils Als ob der da hinten nicht hinpasst Vielleicht wird es doch An der Zeit Den Zirkus mal zu platzieren Mhm Ah, den behalten wir jetzt mal Oder den tue mal Was machst du denn mittlerweile hier? Irgendwie Ändert sich seine Punkte auch nicht mehr, ne? Ne, ich glaube auch nicht Der kann auch nicht nirgends mehr irgendwas hin Also Placien Oh mein Gott Es hast Felder, Hopfenfelder und Monument Ja Es ist Ich glaube das Wasserplateau wird uns Können uns nochmal Das Wasserplateau können uns nochmal retten Mit dem Monument 13, 13, 14, 16 Also da hinten würde ich das nicht hinsetzen Wenn wir, ähm Oder wo willst du das Monument hinsetzen? So, was machst du denn überhaupt? Hier machst du 35 Ach, das hasst ja die anderen Shit hier 49, aber trotzdem Äh, gut, aber da gehört der Tempel hin So, wenn ich das hier platziere Äh, das kann ich halt hier nirgends wohin nehmen So ein One Shit bräuchten wir nochmal One Shit wäre gut Vielleicht bekommen wir nochmal so ein One Shit Wenn ich jetzt irgendwie anders die Level zusammenbekomme Äh, da haben wir nochmal ein normales Haus Pfff Die Folge ist zwar fast schon eine halbe Stunde Aber ich will diese Insel fertig machen Ja Definitiv Ah, aber das würde hier hinten so viele Punkte bekommen 28 Okay, jetzt bekommen wir einfach nur noch random Shit rein gedrückt Okay, und es ist kein One Plateau dabei Sollen wir unsere Punktebringer mal platzieren Und hoffen, dass wir auf die nächste Insel kommen Das sieht noch nicht so aus Ja, aber irgendwann müssen wir sie ja platzieren, also why not Oh Hä, how Frag mich schnell Okay, vielleicht bekommen wir die noch irgendwo sinnvoll hin Aus allem den letzten Tropfen rausquetschen Ja, das ist sowieso das Ziel hier Ja, 13 nehmen wir Schön hinter, schön hinter dem Markt nochmal eine Mauer Und nochmal 13 Ja, nochmal 13 Wir haben zwei Brunnen So, der Tempel Ja gut, der wird ja nicht mehr Punkte machen Ja, das ist jetzt warm Ja, nee Ja, nee Ah, Alter Kann man nicht nachschauen, wie viel man noch braucht für die neue Insel? Nein Nee Ah, das wird so knapp Oh, wir bekommen aber nochmal ein neues Ding Die Brunnen Oh, oh Wir brauchen noch so ein Wandschütz Und keine Felder Ich verfluche sie Ja, da bringst du nirgends mehr Ähm Ähm Viel Punkte bringen drin Scheiße Wir stehen so knapp vor der nächsten Insel, ne? Ja Ist halt wirklich so Ja gut Die Fel-äh Die Die Parks, die Oh Gott Die gönnen aber noch Ist ein Brunnen da oben eigentlich auch gut Bei dem Ressort Der geht da nicht mal hin Ja, ich mein's da oben, wo du die Brunnen gemacht hast Äh, die Die 19 Schauen wir mal, ob wir das irgendwo besser hinbekommen Äh, ihr hört dann irgendwo in der Nähe, wenn der andere mal steht Ja, wollen wir den Zirkus setzen Ich hoffe, dass es reicht Ja Jetzt passt der nicht mehr 58 Oh mein Gott, und da ist sogar noch Platz, um die Brunnen hinzumachen Oh, oh, oh 66 Das würde dir jetzt reichen für die neue Insel Ja Oh mein Gott, ja Ja, und jetzt noch alles raus Als ob der keinen Platz mehr hat Das ist doch ein Witz Der hat echt keinen Platz Ach, komm Ja, gut Der Das ist doch echt ein Witz Ja Da macht er noch 16 Punkte Hallo, da unten Einfach nochmal 12 Hier nochmal 15 Ah ja, das Ding hätten wir auch noch gehabt Ja, das hätte ich mir auch noch Wenn das jetzt da reingepasst hätte, hätte ich mich gekillt Oh, oh Da war eine 44 So, jetzt noch das nächste Ding machen Den neuen Stuff rausholen Und schauen, was wir irgendwo placen können Für ein paar Pünktchen Mit dir fang ich glaube ich Ich fliehe sogar noch mal ein Level zusammen Mit dir Mit dir kann ich game over gehen Genau Let's game over gehen Das wäre Total Zwei Stadtmauern Glaubst du, da passt eine beim Zirkus hin? Drei Stadtmauern Hast du das noch auf dem Feld? Ach so Kann man schon mal verwechseln Jogi, Jogi, die Insel war anstrengend Ja, die nächste wird sicher besser Safe Vor allem haben wir jetzt gerade das Die Schwierigkeit, die Punkte zu bekommen Stimmt Stimmt eigentlich Ja, ich glaube Ich glaube damit sind wir ja Ferdisch Ja Weil Punkte, die wir haben, haben wir halt Okay, dann schauen wir uns noch Die nächste Boah, aber da haben wir echt Da ist es fast geendet Da ist es fast geendet, ja Gut, schauen wir uns noch die nächste Insel an 31 Minuten Oh nein Sieht gut aus Oh Gott Wir haben die 7000 Punkte geknacht, gut Gut, da will ich sagen, das war's mit der Folge Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat Schaut bei Let's Gone mir vorbei Schaut bei der Twitch-Kanal vorbei Und bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss